News und Talks für Gebildete. Ja, am Ende dieses Videos wird also erklärt sein, warum die Scientists for Future die Fridays for Future sabotieren. Also erstmal fangen wir damit an, wie es hier bei Fridays for Future Köln äußert sich ein Michael K. Wann lernt ihr endlich, etwas Neues zu schaffen und in Kooperation und Kreation zu gehen, statt sich durch Kontra etwas zu positionieren. Wir können alle nur gemeinsam überleben, wenn wir liebevoll handeln mit uns, mit anderen und mit der Welt. Das geht nur im Einklang und nicht im Streit. Und da hat er völlig recht. Also das heißt, also erst einmal zur Situation. Die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist keine Monarchie, also ist kein Königstum, sondern ist eine Art Aristokratie. Also oder es gibt Feudalismus oder ja, es gibt da viele Begriffe. Aber was ich sagen will, wir haben wenige Herrscher auf der Welt, die über ganz viele Milliarden verfügen. Und die ganze öffentliche Meinung, das ganze öffentliche Denken durch Gehirnwäsche formen können. Und dagegen hat nichts eine Chance. Ja, also wir müssen ganz klar akzeptieren, im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft haben wir eine Oligarchie, also viele Aristokraten, Geldaristokraten, die nun einmal diese Erde beherrschen. Und das ist Fakt und das muss man einfach akzeptieren, anstatt dagegen einen Krieg anzetteln zu wollen, wobei man dagegen nie ankommt, weil die Gehirnwäsche, zumindest in allen Staaten, wo die Leute nicht direkt am Verhungern sind, sozusagen, ist die Gehirnwäsche dieser Milliardengelder ausreichend, sozusagen, den Menschen einzureden, dass es ihnen doch halbwegs gut gehe. Man denke nur an Frau Merkel, ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Und darauf fallen nun mal ganz viele Leute rein. Also hat hier dieser Herr Michael Kasidat bei Fridays for Future Köln auf der Seite recht, in dem er sagt hier, wir können alle nur gemeinsam überleben, wenn wir liebevoll handeln mit uns, mit anderen und mit der Welt. Das heißt, wir müssen als erstes, wenn wir den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft beenden wollen, müssen wir doch den Milliardären, also den eigentlichen Herrschern dieser Welt, doch zeigen, wie sie noch viel, viel glücklicher werden können durch die Beendigung des kapitalistischen Systems. Wir müssen ihnen also zeigen, zum Beispiel hier, dass sie mit ihrem Unternehmen, nehmen wir mal an, dieser Milliardär hätte die größte Zuckerindustrie der Welt oder wäre großaktionär davon. So, und dann muss man eben klar machen, ja hoppla, natürlich verdienen sie Geld, also die, der in der sozialen Marktwirtschaft hier ist derjenige, der die Wahrheit über Zucker sagt und sagt, nein, also Zucker, damit vergiften wir die halbe Menschheit, machen alles krank und so weiter, denn dieses Streckmittel ist so wie beim Heroin-Dealer, es handelt sich um giftige Streckmittel für Nahrungsmittel, die also zwar eine Frucht vortäuschen, aber faktisch langfristig giftig wirken im Körper und die Menschen krank machen und sie vorzeitig sterben lassen. Dieser stirbt aus, weil er einfach das Geschäft nicht macht und da dieses hier, dieses Unternehmen, dieses Zucker, dieser Zuckerriesenkonzern das Geschäft macht, weil er denkt, wirklich glaubt, Zucker ist ein ganz wertvolles und ungiftiges und unschädliches Streckmittel, das uns ermöglicht, Produkte zu erzeugen, die so ähnlich schmecken wie die herrlichsten reifen Früchte der Erde, aber gut konserviert, gut transportierbar, nicht verderbend und so weiter und die glauben, ihre Irrtümer, ihre gewinnbringenden Irrtümer und der wird, weil er das Gehirn der Bevölkerung mit Milliarden Geldern waschen kann, also so, dass die Bevölkerung glaubt, dass sei dieses Zuckerwarensein wirklich alle harmlos, ja, und sie fallen ja auch nicht gleich tot um, ja, wenn sie reinbeißen in das Zuckerprodukt, fallen sie nicht sofort tot um, es dauert ja lange Zeit, bis die Zähne vor sich hin verwesen, bis dann der Rest des Körpers anfängt, vor sich hin zu verwesen, das dauert, ja, und bis dahin kann dann auch niemand mehr sagen, ob es der Zucker war oder ob es etwas anderes war, keiner kann das mehr zuordnen, ne, und, ja, und dann wird derjenige, so, und dieser Milliardär, der jetzt mit dem Zucker Geschäft macht, äh, sozusagen, der, bei dem sich eine distanten Dynastie gebildet hat, zwei Kinder ernährt, drei Kinder, äh, dann hier drei Kinder entstanden und so weiter, eine riesen Zuckerdynastie die entstanden ist, sozusagen, dem müssen wir doch jetzt sagen und zwar liebevoll sagen, wie war das hier auf der Seite, äh, liebe, gemeinsam und liebevoll mit uns, mit anderen und mit der Welt, wir müssen doch die Herrscher der Welt ins Boot holen, und das sind nun mal die Milliardäre dieser Erde, ja, und, äh, und dann müssen wir ihm doch sagen, jetzt müssen wir erst mal jedem anderen Milliardär sagen, also wir haben jetzt, wenn wir, nehmen wir mal an, wir hätten 200 Milliardäre auf der Welt, ich weiß es nicht, müsst ihr mal googeln, keine Ahnung, sagen wir mal so, wir hätten 200 Herrscher auf der Welt, die 200 Großmilliardäre der Erde, ne, so, dann muss man doch ganz klar sagen, liebe 199 anderen Milliardäre, dieser eine Milliardär tut ja alles dazu, um euer Leben zu zerstören und, und, um euch auch irgendwie zu überschütten mit Zuckerwaren, die euch vergiften und euer Leben zerstören, eure, eure Kinder krank machen, eure Enkelkinder krank machen und so weiter und versucht ja sozusagen eine Zuckersucht in der gesamten Gesellschaft aufzubauen, in der sich gerade vielleicht die Menschen, die viel Geld haben, also die Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder, die viel Geld haben, vielleicht dem gerade dieser Zuckersucht wieder besonders schlecht entziehen können. Vor allem ist es ja so, dieser Zuckerhändler ist ja nicht nur so, dass er also solche Meme, also solche Gewinnbringenden, Irrtümer verbreitet, sondern er bringt ja oft noch solche Gewinnbringenden, Irrtümer dabei, also sozusagen wie, Schmusen ist schlecht, ja, und wenn er jetzt so Gewinnbringende, Irrtümer verbreitet, wie Schmusen ist schlecht, mit der Macht seiner Milliarden in die Gesellschaft hineinpumpt, sozusagen seine Dynastie verbreitet mit Milliarden Geldern, sozusagen den Gewinnbringenden Irrtum, Schmusen ist schlecht, dann werden die Kinder und die Enkelkinder und der Milliardär selber sozusagen leiden darunter, dass wenn alle Menschen denken, Schmusen einfach so ist schlecht, dann schmust mit den 199 anderen Milliardären, schmust niemand mehr und mit den sozusagen, und mit den Kindern, Enkel und Urenkeln dieser Milliardäre schmust niemand mehr, es ist, die alle leiden unter einem Liebesmangel, werden umso anfälliger für den Konsum, den Ersatzbefriedigungsversuch durch Zuckerprodukte und dann werden die Kinder der 199 anderen Milliardäre umso kränklicher und schwächlicher und der Milliardär leidet, wenn er seine Urenkel sieht, wie sie krank werden und seine Enkelkinder sieht, wie sie krank werden. Und jetzt müssen wir doch nur dem liebevoll, dem Milliardär, den 199 Milliardären klar machen, dass genauso wie der Zuckermilliardär ihr Leben zerstört, zerstört ihre Industrie, also jede Industrie dieser 199 Milliardäre, wieder das Leben aller anderen 199 Milliardäre. Und so zerstören sich gegenseitig, ja, gucken wir uns doch mal an, ich habe gerade wieder gesehen in letzter Zeit Videos darüber oder Nachrichten darüber, dass irgendwo irgendwelche reichen Leute wieder irgendwelche Clubs gemacht haben, wo sie, ja, minderjährige Mädchen vergewaltigen oder Mädchen und Jungs vergewaltigen und so weiter, weil sie sich das als Reiche erlauben können und leisten können. Aber ist das denn wirklich befriedigend, ja, ist es denn wirklich befriedigend, Menschen mit Menschen Sex und Liebe zu haben, die einen nicht lieben, sondern hassen, weil sie vergewaltigt werden und so weiter, weil sie missbraucht werden oder nur das Geld deswegen genötigt werden, wäre es nicht viel schöner, wenn alle 200 Milliardäre deswegen Liebe und Sex hätten, weil sie geliebt würden, weil sie geschätzt würden für ihre Leistung in einem neuen postkapitalistischen Gesellschaftssystem, weil sie wirklich geliebt würden. Also die Qualität, Sex zu haben mit jemandem, der einen wirklich liebt, ist doch tausendmal höhere Lebensqualität als mit jemandem, den man gerade vergewaltigt oder missbraucht oder so etwas, ja. und das müssen wir liebevoll den Milliardären klar machen, dass jeder Milliardär in seinem Lebensglück total beschränkt ist durch die 199 anderen Milliardäre und deren Gehirnwäsche Einfluss auf die Welt, die dafür sorgen, dass auch die 199 anderen Milliardäre einen Liebesmangel im Leben erleiden. Und jeder Mensch, der Selbstwahrnehmung hat, weiß, dass Liebe und Zärtlichkeit und Körperkontakt und so weiter die größte Glücksquelle im Leben sind. Und wenn man die nicht hat, dann sind einem eigentlich die ganzen Milliarden völlig unwichtig und bedeutungslos. So. Dann schauen wir mal weiter. Dann müssen wir uns klar machen, hier, ich lese mal ein paar Sachen vor, damit ich das Papier abgearbeitet habe. Also, wir gehen nochmal zurück auf unser schönes Kreta-Bildchen. Also, hier ist ja übrigens der Artikel, das ist ja auf der Homepage hier, auf der, wo ist es, auf der Homepage, hier haben wir die Homepage Googlen zweite Scientist for Future 2, also zwei Punkt Scientist for Future II und auf der Homepage finden wir ja lauter Links und hier ist jetzt hier zum Beispiel das, das ist der erste Link, das ist unser Bild hier, das ist der erste Link und da ist ja dieser Artikel, also sozusagen, Kohlestopp 2026, Durchbeendigung, sanfte Beendigung des Kapitalismus in Übereinstimmung mit den Milliardären und ihr, Greta zum Beispiel, hat Kontakt zu Milliardären, hat Kontakt zu High Society und so weiter und zu den Großmedien und nur die zweiten Scientist for Future II können den sanften Weg zur Beendigung und dem Ausstieg aus dem Kapitalismus, weil den dann auch die Milliardäre wollen, den Ausstieg, das können nur Fridays for Future und Greta herstellen, niemand anderes, weil niemand anderes den Kontakt zu den Milliardären und zu den Großmedien hat, zu Arnold Schwarzenegger, zu Leonardo DiCaprio und so weiter und das hat nur Greta und da nur so können wir die Welt verändern, indem wir ins Gespräch, liebevolle Gespräch mit den Milliardären kommen. Also nochmal zurück hier sozusagen und vor allem, wann lernt ihr endlich etwas Neues zu schaffen? Ja gut, da sind die jungen Leute ein bisschen überfordert, das können die nicht, aber das Schöne ist doch, dass die die zweiten Scientist for Future II es schon geschaffen haben. Die haben den sanften, friedlichen Ausstieg aus dem Kapitalismus, aus der sozialen Marktwirtschaft erforscht innerhalb von 50 Jahren. Sie haben erforscht, wie man wie man technisch den Kohlestopp 2026 vollfinanziert durch die Beendigung des Kapitalismus, also die Beendigung des Kapitalismus finanziert den Kohlestopp 2026 und bringt 900 Milliarden fürs Klima innerhalb von sieben Jahren, ja, für den Klimaschutz in Deutschland. Ja, das ist der Artikel. So, dann schauen wir weiter. Ich lese weiter. So, jetzt, wie soll jemand, also erst einmal zu dem Punkt, ich mache es mal Stück für Stück, der Milliardär, was, in welcher Situation ist der Milliardär? Ja, also ich habe es eben gesagt hier, wir haben jeder einzelne von den Milliardären ruiniert das Leben der 199 anderen Weltmilliardäre und so ist jeder zwar finanzieller Gewinner dadurch, dass er die Gesundheit und das Leben aller 199 anderen Milliardäre ruiniert, aber er selbst wird gleichzeitig auch immer Opfer all der ruinösen Einflüsse der 199 anderen Milliardäre und das ist ein Verlustspiel, an dem alle Milliardäre, also alle Herrscher der Erde, liebe Herrscher der Erde, verlieren, alle verlieren dadurch und jetzt haben natürlich, was machen jetzt, was machen die Milliardäre mit dem Klima? Also beim Klima ist es ganz einfach, solange es auf der Erde noch Plätze gibt, bei denen der Klimawandel keine großen Schäden anrichtet, können sich doch die Milliardäre, die 200 Milliardäre, können sich doch Riesen Anwesen kaufen, das sind ja für sie nur Peanuts mit riesigen Wäldern und Urwäldern und Parks, Urwaldartigen Parks rund um ihre Wohnanlagen und Häuser herum sozusagen, sodass sie sich sozusagen Inseln schaffen können auf der Erde, vielleicht sogar mit Luftfiltern und Luftreinigungsgeräten rundum noch zusätzlich zu den Bäumen und so weiter, sodass sie sich doch kleine Paradiese schaffen können, während rundum die Masse, die Milliarden anderen Menschen sterben am Klima oder kaputt gehen am Klima und so weiter oder in Not geraten wegen des Klimas. Also solange wir in Feindschaft zu den Milliardären gehen und ihnen nicht sagen, wie sie Glück gewinnen durch die Beendigung des Kapitalismus, durch die Beendigung dieses teuflischen für alle schlechten sozialmarktwirtschaftlichen Systems, solange ziehen die sich einfach in ihre kleinen Paradiese zurück und was aus dem Rest der Welt wird oder den Rest der Menschen wird, kann ihnen doch egal sein. Was soll die das interessieren? Die lieben sie sowieso nicht und da ist sowieso keine Liebesbeziehung und so weiter und sie müssen ja sowieso mit ihrem armseligen Liebesleben auskommen, mit ihrer Monogamie und mit ihrer Kleinfamilie, mit all der Unbefriedigtheit und mit der sexuellen Langeweile, damit müssen sie ja alle leben, weil nämlich eben die 199 anderen Milliardärskollegen ja sozusagen so viel Gehirnwäsche in die Bevölkerung geschafft haben, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, auf natürliche Weise viele andere Menschen zu lieben, sondern alles nur noch reduziert ist auf ein Mensch liebt einen Menschen und dann langweilen sich beide in der Monogamie zu Tode und das Schicksal bleibt dann auch den Milliardären vorbehalten. So, also das heißt, da haben wir doch, hat doch ein Kontragen überhaupt keine Chance, das hat ja dieser Kommentator hier bei Fridays for Future richtig erkannt. Also, wann lernt ihr endlich etwas Neues zu schaffen? Zu schaffen ist eine Überforderung. Wann lernt ihr, das muss man umformulieren, wann lernt ihr Fridays for Future und Greta Thunbergs endlich etwas Neues zu, euch in etwas Neues von den zweiten Scientists for Future 2 einzuarbeiten und dadurch dann mit den zweiten Scientists for Future 2 in Kooperation zu gehen und Kreation zu gehen, statt sich durch Contra etwas zu positionieren. Vollkommen richtig, da spricht er mehr aus der Seele, da hat er vollkommen recht. Wir können alle nur gemeinsam überleben, ja genau, denn die Milliardäre können auch ohne uns überleben. Wir müssen mit den Milliardären eine glücklichere und gesündere Welt schaffen durch die Beendigung des Kapitalismus. Aber wir müssen doch in erster Linie, und da hat Dr. Eckart von Hirschhausen von den ersten Scientists for Future ja recht, dass er eben richtigerweise sagt, wir müssen doch den Leuten die Diagnose klar machen, wir müssen doch den Milliardären und das können nur Greta und Fridays for Future, wir müssen doch mit den Milliardären sprechen und denen klar machen, dass der Kapitalismus ihr Leben zerstört, ihr Lebensglück, ihre Lebensqualität zerstört durch die Mechanismen, die ich eben geschildert habe. Ja und deswegen, wir können doch nur mit den Milliardären überleben. Ein Krieg, also noch einmal, jeder von den 200 Milliardären schickt eine unendliche Gehirnwäsche durch seine Milliarden in die Bevölkerung hinaus, sodass die Menschen niemals geistig fähig sind zu einer Revolution, das geht höchstens in runtergekommenen verlotterten Ländern, aber so in der gesamten westlichen Welt finde ich kein völlig runtergekommenes Land und deswegen gibt es dort null revolutionäres Potenzial und außerdem auch wenn es dort ein revolutionäres Potenzial gibt, evolutionsbiologisch ist zu erwarten, dass sie dann immer automatisch nur Tyranneien und Diktaturen entstehen, sodass am Ende die Tyrannen sozusagen nicht eine liebevolle, liebevolle Gesellschaft aufbauen, sondern eine Diktatur und in der sie auch wieder die anderen Menschen wieder versklaven und am Ende ist es genauso schlimm wie im Kapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft und dann haben wir nichts gewonnen. Also von daher da ist nichts zu gewinnen. Also wir müssen wie der sagt so und jetzt was sagt er weiter? Kontra bringt uns nicht weiter, hat er vollkommen recht. Wir können alle nur gemeinsam überleben, wenn wir liebevoll handeln, mit uns, mit anderen, also auch mit den Milliardären und mit der Welt. Das geht nur im Einklang und nicht im Streit. Genau, denn im Streit gibt es keine Chance und wenn der Streit gewonnen würde, würde er in einer Tyrannei enden, einem Stalinismus und Maoismus und das wollen nur Geisteskranke. Das brauche ich gar nicht weiter drüber zu reden. Ja, also das ist vollkommen richtig und ja ich lese mal weiter. Ich lasse mich jetzt einfach mal vom Text leiten. Wie soll jemand in der sozialen Marktwirtschaft übrigens abgekürzt SM Sado Maso ja also die soziale Marktwirtschaft ist ein Sado Maso Geschehen ein sadistisches System das uns alle zerstört. Also wie soll jemand in der sozialen Marktwirtschaft wirtschaftlich überleben ohne über Leichen zu gehen? Ja schauen wir doch mal. Also jetzt gucken wir mal also der Grundfehler also erst noch mal muss man sagen die Scientists for Future sind bestimmt nette Menschen die gute Absichten haben und in besten Absichten Fridays for Future sabotieren und in die Irre führen weil sie einfach glauben dass die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus okay sein und in der Lage sein sozusagen das Klimaproblem zu lösen das habe ich ja eben aufgezeigt dass es nicht ist solange die Erde noch in einem Zustand ist in dem es noch genügend Platz und Lebensraum für die 200 Milliardäre der Erde gibt wo die sich ihre Gärten eben bauen können mit Luft Filtern und Reinigern und so weiter wo sie noch paradiesisch leben können weil sie sich alles kaufen können was es auf der Erde gibt sozusagen für die gibt es doch überhaupt keine Notwendigkeit sich um das Klima ernsthaft kümmern zu müssen weil doch nur die anderen unter dem Klima leiden und weil die soziale Marktwirtschaft der Kapitalismus sozusagen doch eine Spaltung der Menschen erzeugt und jeder sich nur noch selbst der Nächste ist und die Milliardäre die brauchen doch nur gucken dass sie in ihrem Club der 200 Milliardäre der Erde vielleicht eine liebevolle schöne also eine schöne grüne Lebenslandschaft sich schaffen sozusagen so etwas wie es dann in den USA gibt wo dann mit Mauern drum so reiche Rentner zum Beispiel leben so ja das brauchen doch die Milliardäre nur zu machen dann können die unter sich wie früher die Könige der Erde unter sich dann auch sich fortpflanzen und so weiter bei 200 Milliardären gibt das genügend genetische Vielfalt dann können die dann ihr eigenes Leben führen und die Rest der Sklaven der kann auf der Erde ja unter dem Klimawandel leiden das spielt ja keine Rolle das interessiert die doch nicht also ist die Diagnose der Scientists for future völlig falsch völlig falsch die Diagnose denn denn die der Kapitalismus die soziale Marktwirtschaft ist nicht in der Lage den Klimawandel zu vollziehen sondern nur den Milliardären können wir nur mehr Lebensqualität versprechen durch die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft und den sanften Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft und aus dem Kapitalismus also und das da sind die Scientists for future 1 einfach geistig überfordert und sind offensichtlich nicht lernfähig von echten Wissenschaftlern zu lernen wie den zweiten Scientists for future 2 so dann dann die Milliardär na gut laut und dann sind noch lauter Videos erschienen in den letzten Tagen oder die mit Gesundheitstipps auch die leben in der Illusion man könne sich in der sozialen Marktwirtschaft ohne ein Milliardär zu sein sich eine Insel zu schaffen das geht eben nur sehr begrenzt also wenn sie Milliardär sind können sie sich eine Insel schaffen und vielleicht auch es schaffen dass sie durch ganz viel Intelligenz und Bildung versuchen hier zum Beispiel wir hatten ja vorhin hier dieses Zuckeremperium den Zuckermilliardär sozusagen und seine Dynastie die daraus erwachsen ist oder seine gesamte Nachkommenschaft ja und so weiter dieser Zuckermilliardär wenn wenn die 199 anderen Milliardäre sind können sie sich natürlich intelligent sind wenn die intelligent genug sind können die sich natürlich versuchen sozusagen jeweils durchzublicken dahin gehen dass eben die 199 anderen Milliardäre sie mit Fehlinformationen versorgen und ihnen schaden und dann kann natürlich einige von den 199 anderen Milliardären können sagen okay ich weiß jetzt dass diese Zuckerprodukte auf keinen Fall in meine Familie rein dürfen und ich versuche meine Familie so gut wie es geht gegen die Einflüsse der anderen 199 Milliardäre abzuschirmen die die größten Bedrohungen unserer Gesundheit und unseres Lebensglücks sind aber das ist alles unheimlich kompliziert wäre es nicht viel besser wenn sozusagen diese 199 anderen Milliardäre also hier sozusagen wenn es nicht immer für jeden Milliardär 199 andere Milliardäre gäbe die alles tun würden um sein Leben zu zerstören wäre das nicht viel einfacher also natürlich die Leute schauen lauter Videos über Gesundheit und so weiter und wir selbst haben ja auch ein Video veröffentlicht eines unserer letzten Videos hier ist ja auch so mal so da habe ich so mal gesagt wie ich versuche mich zu retten gegen den Einfluss der 200 krankmachenden Milliardäre dieser Erde und das und bis zum gewissen Grad geht das aber schon gegen den Feinstaub kann ich nichts unternehmen und so weiter also und die dadurch entstehen Schäden ja also das heißt die Möglichkeiten sind doch sehr begrenzt gehen wir doch auf den Tipp zurück also hier liebe Milliardäre also ich gehe jetzt von diesem Post aus bei Fridays for Future liebe Milliardäre es gibt eine eure Lebensqualität eure Lebensfreude eure Lebenslust eure Liebeslust eure Lebensqualität um den Faktor 100 oder erhöhende Reform und die haben die zweiten Scientists for Future 2 für euch fertig den sanften behutsamen Ausstieg aus dem Kapitalismus der für alle Menschen das Richtige ist sozusagen und in der ihr ihr sozusagen so viel Liebe und Glück erfahrt wie ihr auch wenn ihr jetzt nochmal doppelt so viel Milliarden verdient indem ihr die ganze Erde zerstört und alle über die Leichen aller anderen Menschen all der Sklaven geht und all der Kriegssklaven und Konsum Sklaven und so weiter ihr könnt über alle Leichen der Welt gehen und könnt noch viele hundert Milliarden plus machen aber ihr werdet niemals diese Liebe dieses Liebensglück und so weiter ihr werdet von der halben von der fast der ganzen Welt gehasst werden und und anstatt geliebt und geschätzt zu werden für eure Leistungsfähigkeit und so weiter und ein Leben in Liebeslust in Lebenslust in Lebensqualität zu leben und überschüttet zu sein mit Liebe das ist das was die zweiten Scientists for Future 2 euch anbieten und allen anderen Menschen der Erde auch ja sozusagen ja also was wie heißt der Titel also Scientists for Future 1 ohne böse Absichten alle mit besten Absichten mit guten Meinungen sind nur einfach wissenschaftlich nicht kompetent genug meinen es gut verstehen aber die Realität nicht und verstehen die zweiten Scientists for Future 2 nicht verstehen nicht das ausschließlich wir können auch den Kohlestop 2026 ja also nochmal um nochmal hier zu hinzugehen wir können den Kohlestop 2026 nicht finanzieren außer durch die Beendigung den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft die Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege was jetzt passiert was ist jetzt hier passiert was macht denn das Bild hier weiß ich nicht bin auf irgendwas gekommen also wie ist der erste Ausstiegsschritt folgerichtiger Ausstiegsschritt gerade weil eben auch wir uns alle die Milliardäre sich alle gegenseitig krank machen mit diesen ganzen Vergiftungen ja und Schädigungen ja also der Ausstiegsschritt ist die Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege und dafür idealerweise eventuell die Einführung der der Wohlfühlnoten Wahlstimme die ganz kurz gesagt wo nicht mehr die Wirtschaft über die Menschen den Rest der Menschheit als Sklaven herrscht sondern der Mensch über die Wirtschaft herrscht und damit aber auch jeder Milliardär sozusagen über die anderen Milliardäre herrscht sozusagen und alle Wirtschaft jeder Milliardär nur noch ein Wirtschaftsziel hat glückliche und gesunde und langlebige Kunden und dadurch wird jeder Milliardär jeder der 200 Herrscher der Erde wird zum Menschenfreund und zum Menschenlieber also zum zu jemanden der Menschen über alles liebt weil er auch nur so Gewinn macht und seine Leistungsfähigkeit sein können sozusagen wird er in Zukunft einsetzen nicht mehr die Menschen zu töten sondern die Menschen zu fördern gesünder zu machen langlebiger und glücklicher zu machen weil alle Gewinne davon abhängen und weil dann eben auch jeder Milliardär dadurch beglückt wird dass die 199 anderen Milliardäre durch dieses System der Wohlfühlnoten Wahlstimme ja gezwungen werden ihm sein Glück zu verbessern und so weiter und nicht gegen ihn zu arbeiten ja und deswegen ist die Wohlfühlnoten Wahlstimme wäre sozusagen auch die völlige Umkehr des gesamten Systems ja so jetzt gucke ich mal dann habe ich jetzt zum Schluss muss ich jetzt nur nochmal die Frage beantworten warum wie soll jemand in der sozialen Marktwirtschaft wirtschaftlich überleben ohne über Leichen zu gehen also ja also in der neuen Gesellschaft in der postkapitalistischen Gesellschaft ist es so wer also über Leichen geht also wer Menschen vergiftet mit zu viel Zucker und oder mit anderen Sachen ja und so weiter und deren die Lebensqualität zerstört der wird dadurch dann finanziell bestraft dass die schlechter werdenden Wohlfühlnoten und die schlechter werdenden Gesundheitsdaten der Kunden führen dann dazu dass er die Gewinnzuschläge durch die Krankenkassen verliert die die anderen bekommen dadurch ist er nicht mehr konkurrenzfähig und geht pleite und stirbt aus und dieser Milliardär verliert ganz schnell sein Vermögen sozusagen aber dieser Milliardär hier der jetzt im neuen System im postkapitalistischen System sozusagen alles tut um das Leben der Menschen gesünder glücklicher zu machen bessere Wohlfühlnoten zu erzeugen bei seinen Kunden und dafür die Umwelt zu reparieren das Klima zu reparieren und so weiter und sozusagen er plötzlich sozusagen auch dann interessiert wird an der Lebensverlängerung der Menschen diese Art von Milliardär wird sich dann weiter ausbreiten und die anderen Milliardäre die dabei bleiben über Leichen zu gehen und die Erde kaputt zu machen die werden aussterben und pleite gehen weil die hier werden überschüttet von den Krankenversicherungen mit Gewinnzuschlägen für die Gesundheit ihrer Kunden sozusagen und für die Einsparung von Operationen bei ihren Kunden die diese Milliardäre dann durch ihre gesündere Ernährung und so weiter ihre gesünderen Produkte und dadurch dass sie keinen Raubbau an der Erde mehr tun und keine Gifte mehr in die Erde rausschicken werden die Menschen alle viel gesünder die Krankenversicherung können ihre Gelder als Gewinnzuschlag an diese Milliardäre ausschütten und schon haben wir sozusagen wirken die Milliardäre als die absoluten Menschenfreunde und solange wir aber in der sozialen Marktwirtschaft ist ja alles genau umgedreht also in der sozialen Marktwirtschaft die Frage ist stellen wir uns jetzt einen Menschen vor der also nicht über Leichen geht also eine Firma ein Konzern der nicht über Leichen geht der also sozusagen ein Arzt zum Beispiel Dr. Hirschhausen der ja an seine eigene Großindustrie glaubt wenn Dr. Hirschhausen in seinem Kopf lauter wahre Gedanken hätte wie wir müssen den Kapitalismus beenden wir müssen belohnen für Gesundheitsförderung wir müssen die Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege so machen dass also jeder Arzt dann am meisten verdient wenn seine Kunden nie krank werden und dadurch wird dann die gesamte Medizin ein Präventiv geschehen das Krankheiten verhindert ja und wenn er solche Gedanken dann wenn er eine Praxis hätte dann in seiner Praxis umsetzen würde dann würde er einfach nur pleite gehen weil dafür gibt es kaum Abrechnungsmöglichkeiten er kann kaum etwas verdienen die anderen Ärzte die gnadenlos die Menschen vergiften mit Medikamenten und die anderen Menschen zu krüppeln und zu Tode operieren sozusagen die richtig Geld verdienen die können ständig was abrechnen können ganz viele Kinder ernähren können können richtig Erfolg haben während der Dr. Eckart von Hirschhausen wenn er also dann sozusagen so eine Präventivpraxis machen würde bald pleite wäre er könnte die Mieten die Mieten richten sich nach dem die Mieten die Ärzte zahlen müssen für ihre Praxis richten sich schließlich nach dem was die anderen Ärzte bezahlen können das ist ja Markt und Wettbewerb und dadurch werden werden die Ärzte die können ja alle fürstig sehr hohe Praxismieten bezahlen er kann dann die Miete schon gar nicht mehr bezahlen er muss seine Praxis schließen muss ohne Praxis arbeiten kann keine gute Öffentlichkeitsarbeit machen und so weiter und die Tatsache dass er einigen Menschen geholfen hat nie mehr krank zu werden das das spricht sich ein bisschen rum aber das was die hier machen spricht sich ja auch rum weil sie ja auch die Illusion diese Ärzte erzeugen ja auch die Illusion in den Kunden man hätte ihnen geholfen gerade die Leute die zu kruppeln operiert werden sind ja so dankbar dafür dass der Doktor ihnen das Leben gerettet hat weil sie ja gar nicht verstehen dass sie hätten gar nicht operiert werden müssen wenn der Doktor das Richtige getan hätte ja sozusagen und von daher sind die dankbar und die sind dankbar und da die dann immer mehr werden und sich ausbreiten weil sie so viele Kinder erzeugen können und weil sie so viel Geld haben und so weiter dann werden diese also das heißt ich fasse zusammen ich glaube es ist jedem deutlich geworden in der sozialen Marktwirtschaft kann niemand wirtschaftlich überleben ohne über Leichen zu gehen das geht einfach nicht das ist das Wesensmerkmal der sozialen Marktwirtschaft und das Kapitalismus das ist die Unternehmer und Ärzte sind ja auch Unternehmer zwingend über Leichen zu gehen weil sie nur so maximale Profite erzielen können das ist das System der sozialen Marktwirtschaft ich bin schon so müde ja also Leute ich hoffe es ist alles klar geworden ohne böse Absichten mit den besten Absichten sabotieren die Scientists for Future 1 den möglichen Erfolg der Fridays for Future und den möglichen Erfolg von Greta Thunberg und ich hoffe dass es irgendjemand versteht und hingeht und mit den Orga Team Mitgliedern von Fridays for Future in seiner Stadt spricht und denen klar macht dass die Lösung ausschließlich bei den zweiten Scientists for Future 2 liegt gehen wir nochmal zurück also das heißt die Lösung liegt darin hier dieser Kommentar wann lernt ihr liebe Fridays for Future und Greta endlich etwas Neues aufzugreifen von den zweiten Scientists for Future 2 und mit denen in Kooperation und Kreation zu gehen statt sich durch Contra ein wenig zu positionieren Wann lernt ihr das endlich liebe Orga Team liebe gutmeinenden Teile der Orga Teams wir können alle nur gemeinsam überleben also nicht gegen die Milliardäre die die wahren Herrscher dieser Welt sind weil sie die gesamte Bevölkerung mit Gehirnwäsche in Griff halten können sondern wir können nur mit den Milliardären glücklicher und gesünder überleben und wenn wir liebevoll handeln liebevoll den Milliardären klar machen wie sie in der postkapitalistischen Gesellschaft viel gesünder und viel glücklicher leben können und sozusagen das geht alles nur im Einklang und nicht im Streit selten hat so jemand so recht gehabt auch wenn er vielleicht ich fürchte er ist im Hintergrund so ein bisschen esoterisch spirituell angehaucht das könnt ihr natürlich vergessen aber die Äußerung ist im Prinzip schon richtig also zurück zu Greta bis bald und sprecht mit den gutwilligen unter den Orga Team Mitgliedern eurer Stadt sonst verpassen wir unsere einzige Chance auf eine bessere Welt tschüss tschüss